Ich heiße Nora Klein. Es ist ein arabischer Name und heißt das Licht, die Helle. Früher habe ich sehr, sehr lange Bodenturnen gemacht. Spaß macht es mir immer noch. Man probiert sich ja immer aus. Ich habe auch mal Blockflöte gespielt. Tanzkurs habe ich nicht gemacht. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal heirate. Wobei, da will ich eigentlich auch keinen Standard-Tanz machen auf meiner Hochzeit. Ehrlich gesagt. Das finde ich sau. Das muss irgendwas anderes sein. Kein hier weiß schon 1, 2, 3. Dann würde ich schon eher so einen Sumba-Salsa-Tanz machen oder so. Das ist schon so eher. Ich glaube, ich wollte Sängerin immer werden. Sängerin. Ich war in der Mini-Playback-Show. Nee. Ja, mit Mareike Amado. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Aber das war witzig. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich bin schon sehr familienbezogen, ja. Ist mir aber auch wichtig. Neben meinem Schauspiel bin ich auch noch, wie soll ich das sagen, so Nanny-Tagesmutter. Also ich habe sehr, sehr viel mit Kindern zu tun. Und ich finde ja, es gibt fast nichts Langweiligeres, als mit denen den ganzen Tag in der Wohnung zu hocken. Deswegen bin ich echt viel draußen. Sehr, sehr viel. Also witzigerweise habe ich vor 2 Wochen erst Paragliding gemacht. Ja, ich... Also ehrlich gesagt, das war so ein Spontan-Ding. Und es hat auch richtig Bock gemacht. Nur, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Ich habe danach erst mal mich übergeben. Weil mir so schlecht war. Aber das hat saubock gemacht. Und Fallschirm stelle ich mir noch geiler vor. Ich glaube, da kann dir auch nicht schlecht werden, weil alles so schnell ist. Ja, da springst du... Das ist viel zu schnell. Wie will dir da schlecht werden? Oh Gott, ich weiß, wenn ich das sage, jeder Mensch lacht mich schon immer dafür aus. Ähm, ich liebe Popcorn. Ich bin auch eine Zeit lang früher, als ich die Maschine und ich hatte sehr oft ins Kino gegangen wegen Popcorn. Aber wir filmen als Vorwarn. Komm, wir schauen uns einen Film an. Und hauptsache, ich hatte meine Popcorn. Äh, ja, Bananen hasse ich zum Beispiel. Bananen finde ich sauekelhaft. Oh, war das zu negativ? Nee, oder? Ich bin ja manchmal so, dass ich viele schlecht rinne. Jetzt hör mal auf. War es nicht, oder? Gut. Das war's nicht. Ich bin ja voila. Jetzt haben wir noch Parce.